Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele und ich bin Sebastian und heute geht es um tragbare Powerstations. Und mit uns im virtuellen Studio ist unser Kumpel Michi. Ja, wir kennen uns jetzt auch schon einige Zeit und ich denke so zwei Jahre oder so. Aber du bist ja in erster Linie auch ein langjähriger Freund von Sebastian. Deswegen würde ich jetzt mal das Wort an Sebastian und dich übergeben, um dich vorzustellen. Ja, ja Michi, wir kennen uns ja auch schon quasi eine gefühlte Ewigkeit und wir haben mich ja nicht ohne Grund hier hinzugeholt. Er hat nämlich für uns ein Gerät getestet. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich sagen, Michi, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du so? Und du kannst dir danach auch schon mal so kurz sagen, wie du so kämpfst. Alles klar. Erstmal ein kleines Hallo in die Runde. Ich freue mich, dass ich bei euch dabei bin. Und ich bin noch Michi, komme aus Leipzig und bin mit einem Minivan unterwegs, mit einem Marco Polo. Und mit Ruderliebe bin ich an den verschiedenen Gewässern in ganz Deutschland, aber auch in Europa, in Dänemark unterwegs und bringe den Menschen das Rudern bei und bringe sie dabei noch leicht in Bewegung, auch in ihrem Leben. Und das heißt, ich bin immer sehr flexibel damit unterwegs. Und deshalb war das ein guter Zeitpunkt oder ein guter Punkt, wo du auf mich zugekommen bist, Basti, und hast gesagt, Mensch, ich habe hier was für dich. Und zwar geht es heute um das Thema mobile Powerstechners. Ich will erst mal kurz erklären, was es ist und dann schauen wir mal, was der Micha zum Testen mitbekommen hat. Also mobile Powerstechners sind letzten Endes überdimensionierte Powerbanks. Powerbank kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder. So eine kleine tragbare Batterie, die lädt man zu Hause irgendwo am Strom auf und kann dann unterwegs sein Handy, sein Tablet, manchmal sogar ein Laptop mobil aufladen. Und so Powerstations sind quasi das Ganze einfach eine Nummer größer. Das heißt, ich kann damit eben nicht nur meine Geräte laden, sondern häufig ist auch ein kleiner Wechselrichter drin, der aus den 12 Volt, die das Gerät im Normalfalle hat, eben dann sogar bis zu 230 Volt macht, sodass ich also auch mal ein normales Gerät anschließen kann. Vielleicht nicht unbedingt so einen krassen Föhn, wobei das bei manchen größeren Geräten auch funktioniert, aber einen Laptop laden, eine Kamera, Lampen oder was auch immer ich anschließen kann. Das heißt, das Ganze ist auch eine autarke Stromversorgung, die man einfach tragen kann. Und wir haben letztes Jahr im Sommer meinen Hersteller angeschrieben, die Firma Jackery. Die vertreiben vor allen Dingen über Amazon ihr Produkt. Das nennt sich Explorer. Das gibt es in verschiedenen Größen in 240 Wattstunden, 500 Wattstunden und 1000 Wattstunden. Die vertreiben quasi so eine mobile Batterie und die fanden das auch ganz cool und haben uns quasi eine zur Verfügung gestellt, zusammen mit einem tragbaren und auch faltbaren Solarpanel. Und das haben wir einfach Micha mal mitgegeben, haben gesagt, hier, das packst du jetzt ein, weil er hatte sich gerade quasi oder hatte gerade den Camper gewechselt und hatte auch eine ganze Menge Pläne. Und da kam quasi eine unabhängige Stromversorgung ganz gelegen, weil wenn er nicht auf dem Wasser ist, dann sitzt er irgendwie auch mal vorm Rechner, muss irgendwelche Sachen machen, arbeiten und so weiter. Und da ist natürlich Strom ganz hilfreich. Und deswegen haben wir ihm das Gerät einfach mitgegeben. Wir haben die Explorer 500 bekommen. Das ist also eine tragbare Powerstation mit 518 Wattstunden. Ich lese gerade so ein bisschen die technischen Daten ab. Hat einen eingebauten Wechselrichter. Das heißt, ich kann nicht nur Geräte über USB oder über 12 Volt Stecker anschließen, sondern eben auch über einen 230 Volt Steckdose. Michi haben wir heute hier, damit er so ein bisschen erzählt, wie seine Erfahrungen damit waren, wie er das Ding fand, wie es seinen Camping und mobilen Arbeitsalltag vereinfacht oder erschwert hat. Und ja, was es dazu sozusagen alles zu sagen gibt. Dann erzähl uns doch mal ein bisschen, wo hast du die Powerstation so mitgehabt? Genau. Also vielleicht nochmal, Nele, wolltest du was sagen? Ne. Ne, du darfst sprechen. Ich habe nur geatmet. Alles klar. Also vielleicht nochmal einen Satz zu meinem Fahrzeug. Ich habe, wie gesagt, diesen Marco Polo, habe einen kleinen Küchenblock da drin, hinter meinem Fahrersitz und betreibe da noch eine Dometic Kühlbox. Und ansonsten habe ich ja, wie das bekannt ist, bei diesen Minivans extrem wenig Platz. Das ist halt ein großes Kriterium. Und der erste Einsatz mit dieser Checkerie war mein Sommerurlaub in Dänemark. Da habe ich mir die einfach hinter den Fahrersitz geklemmt. Der hat ja ungefähr so eine Größe wie so ein Wasserkanister, kann man sich vorstellen, so ein 5-Lider-Kanister. Und auch das Solarpanel hat gut hinter den Fahrersitz gepasst. Und dann bin ich in die Dünen von Dänemark gefahren. Und das war super easy, weil natürlich in den Dünen von Dänemark gibt es keine Bäume und ohne Bäume gibt es auch keinen Schatten. Und da habe ich mich dann dort eingenistet und habe mir das Solarpanel vor den Bus gestellt. War alles easy. Und dann konnte ich sozusagen meinen Alltag damit verbringen. Mein Alltag besteht darin, wie gesagt, dass ich meine Kühlbox in Betrieb halten musste. Dann hatte ich drei Handys dabei und ein MacBook. Das war so die Kriterien, die so im Wesentlichen, wofür die sozusagen zur Verfügung gestellt oder wofür ich die brauchte. Und das hat ganz wunderbar geklappt. Selbst wenn mal ein Tag dabei war, wo halt irgendwie ein bisschen Gewitter war oder ein bisschen Regen oder ein bisschen Wolken und so, aber war immer genug Grundauslastung da, sodass ich das ganz wunderbar betreiben konnte. Das fände ich gut. Und dann bin ich weitergefahren nach Fehmarn. Und in Fehmarn hatte ich allerdings einen Platz unter Bäumen. Immer sehr beliebt bei Solarkämpern. Bei Solarkämpern, ne? Und man muss auch dazu sagen, das war mir vorher gar nicht so bewusst, dass ich ja darauf geachtet habe, wenn ich auf einen Zeltplatz fahre, ob der mich fragt, ob ich einen Stromanschluss will. Und natürlich habe ich gesagt, mit der Erfahrung von Dänemark, nö, brauche ich nicht. Ne? Und Bist ihr sicher? Klar. Dann habe ich mich unter den Bäumen niedergelassen und mir ist schon aufgefallen, also müsst ihr euch das vorstellen, ich habe die immer so ausgerichtet, dass die halt den größten Teil des Tages, die Kabel sind auch lang genug, konnte ich die sozusagen um den Bus drumherum platzieren und hatte dann halt die Checkerie meistens tagsüber irgendwie in der Sonne stehen. Aber natürlich Problem, wenn die Bäume da sind, ne? Und da wurde es dann schon nach ich sage mal so, zwei Tage kam ich lässig hin, weil auch wichtig zu erwähnen ist, immer wenn ich mit dem Fahrzeug unterwegs bin, ne? Habe ich die natürlich an der Bordelektronik dran und lade die sozusagen mit dem Bordstrom, wenn ich fahre. Das ist sozusagen so ein Umdenken, dass man, aber das kennt ihr ja als Camper, dass man immer an Ressourcen denkt, ne? Hat man die letzte Tankstelle, haut man sich einen Diesel rein, haut man sich nochmal AdBlue voll, hat man irgendwo Strom, dann nimmt man sich nochmal Strom mit und so, ne? Und dann wurde es dann aber nach drei Tagen so langsam knapp, sodass ich schon mit der Checkerie zusammen über einen Deich irgendwo in eine Düne marschiert bin, um die dann sozusagen zu laden. Aber es ist halt auch nicht so, dass man sich eine Stunde daneben setzt und irgendwie dann ein bisschen ausspannt, sondern die brauchst du sozusagen schon kontinuierlich Strom, ne? Und die ist sozusagen von der Sache her mir auch zu wertvoll, als dass ich sage, ich schleppe sie jetzt irgendwo in die Düne und gehe dann halt, mache meine Fahrradtour oder was ich so vorhabe. Und das wurde dann schon brenzlig, dass ich dann sozusagen schon in Absprache mit meinem Zellplatz Nachbarn, ne? Den ich eingeweiht habe sozusagen, dann habe ich schon angefangen ein bisschen zu mogeln und habe die Nachts an seinem Verteiler dran gehabt, dass ich sozusagen meine Bordelektronik weiter betreiben konnte. Warst du alleine unterwegs oder hattest du jemanden dabei bei der Tour? Bei der Tour waren wir zu zweit unterwegs. Okay, also mit genug Sonne hat euch die Checkerie dann quasi über zwei Tage, ungefähr zwei, drei Tage fürs Nötigste versorgt. Also sogar komfortabel, würde ich behaupten, ne? Okay. Also für den Komfort, den ich in meinem Bus habe, sagen wir mal so, ne? Ja. Aber sozusagen, es gab zu keinem Zeitpunkt irgendwie Probleme, dass halt meine Kühlbox, weil das ist ja immer sehr wichtig, ne? Dass die Kühlbox ihren Job macht und dass die Handys geladen sind für das soziale Klima, ne? Ja. Das wäre jetzt gleich die Frage, was für eine Kühlbox hast du? Wie groß ist die? Na, ich habe diese Dometic CF35, ich sage euch das was. Jetzt müssen wir nochmal genau die Daten sich angucken. Die gehört mit zu diesen Vanessa-Boxen, ne? Die man sich nachrüsten kann sozusagen in diese Minivans. Ich habe mal schnell das große Orakel befragt zur Dometic CF35 und die Größe ist... 35 Liter würde ich mal tippen. Ja. Genau, 35 Liter. Ich bin das große Orakel. Wahnsinn. 41 Cans oder 35 Liter ist ja angegeben. Ich habe die englische Seite als erstes bekommen. Okay, und die hast du per 12 Volt angeschlossen an die Jackery oder über 230 Volt, über 12 Volt? Über 12 Volt. Diesen Wechselrichter mit den 230 Volt habe ich nur gebraucht, um die Power fürs MacBook aufzubringen, ne? Ansonsten habe ich die kaum gebraucht. Da hast du auch noch, also ich weiß nicht, wie weit unsere Hörerinnen da draußen die MacBooks kennen. Da hast du aber noch eine ältere Variante, die noch nicht per USB-C geladen werden kann, oder also die noch so ein ganz klassisches Netzteil quasi auch dabei hat. Also es hat schon ein USB-C-Netzteil, aber braucht schon ihre 60 Watt, ne? Okay, und deswegen über 230 Volt, okay. Und Handys laden, Tablet laden, das hast du alles erklärt. Was mich jetzt noch interessieren würde, habt ihr dann auch abends mal irgendwie noch das MacBook aufgeklappt und irgendwie noch ein Filmchen oder eine Serie geguckt, um so ein bisschen quasi so das auch für, ich sag mal, andere Camper, die vielleicht abends mal einen Fernseher anmachen, auch so ein bisschen den Stromverbrauch sozusagen zu beschreiben. Genau, das war ja auch die Phase, ich glaube, so war das nicht Europameisterschaft, irgendwas war da mit Fußball und weil meine Begleitung, wir sind auch irgendwie fußballerfin, sodass wir uns quasi auch abends mal ein Spiel angeschaut hatten und da mussten wir dann natürlich dann auch mal mit den Wechselrichter anwerfen, was dazu vielleicht jetzt schon zu erwähnen ist, dass man dann, hat man, dann gibt es auch Geräusche, ne? Wenn die dann so richtig zu tun hat, die Checkerie, dann fängt die auch ein bisschen zu lüften, immer dann, wenn du die 230 Volt ancheck. Nicht so, dass es stört, aber wenn man jetzt einen auditiv sensiblen Menschen dabei hat, dann ist das sozusagen ein Zusatzgeräusch, was man einfach noch mit erwähnen kann. Ich möchte mal da ein bisschen einhaken, wer jetzt vielleicht nicht gleichzeitig das Stromköfferchen gegoogelt hat, könnt ihr oder kannst du, Michi, so ein bisschen beschreiben, wie ist die ausgestattet? Also Wechselrichter hattest du gerade erwähnt, was ist da sonst, was ist da an Anschlüssen, wie viel Ampere-Stunden bietet die und so weiter? Also so ein paar technische Grunddaten, die wir vielleicht noch nicht genannt hatten. Also ich kann es euch, ich kann es euch mal beschreiben, wie es sozusagen bei mir aus der praktischen Perspektive ist und die konkreten Zahlen, damit wir da auch korrekt sind. Vielleicht wirft dann Basti noch mal das Orakel nebenbei an, ne? Das ist schon offen. Aber ich würde sagen, also ich kann es euch so beschreiben, ganz praktisch. Ihr habt einen 5-Liter-Kanister, den stellt ihr euch jetzt einfach mal auf die Knie, ne? Der hat oben einen schönen Haken, dass ihr den schön transportieren könnt. Hat auch eine LED-Lampe, die habe ich tatsächlich benutzt. Also du kannst da anschalten und kannst damit dich auf den Zellplatz auf eine Suche machen zum irgendwas, ne? Oder halt, so wie ich es gemacht habe, ich habe sie als indirekte Beleuchtung für meinen Van genommen. Super romantisch. Und dann habt ihr sozusagen ein Display. Das zeigt euch an, was aktuell abgeht und was aktuell reinkommt. Und wie der sozusagen der Verbrauch ist. Also es ist ganz praktisch. Das Gator hat auch eine Beleuchtung, sodass wir halt auch mal irgendwie nachts sehen oder wenn man halt irgendwie Situationen hat, wo es ein bisschen dunkler ist, dann kann man das halt auch gut sehen. Das ist wirklich praktisch, weil das ist ja nicht zu verheimlichen, wenn man mit so einem Teil unterwegs ist und sich da ein bisschen reinsteigert. Dann hat man immer einen Blick, damit man ein Gefühl dafür entwickelt, wie viel kommt gerade rein, wie viel geht gerade raus. Und dann ist man sozusagen immer eng mit dem Display verbunden, wenn man irgendwie so Wünschelrouten-mäßig sich um den Bus drum herum schleicht, um zu gucken, welcher Winkel, welcher Winkel ist auch gut, legt man es flach auf den Boden oder nimmt man sozusagen die Stützen und so. Das sind alles spannende Sachen, mit denen ich mich so beschäftigt habe. Und dann habt ihr die Anschlüsse, die sind schön angeordnet, also ein paar USB-Anschlüsse sind. Dann dieser 12 Volt, dieser Bananenstecker sozusagen, den habe ich ja für meine Kühlbox ganz regelmäßig gebraucht. Dann gibt es vielleicht auch noch erwähnenswert den Strom, wie das Teil Strom reinbekommt. Das ist ja einerseits über dieses Solarpanel. Dann habt ihr aber auch einen 12 Volt Stecker dabei, dass ihr es halt an die Bordelektronik mit anschließen könnt. Und ihr habt noch einen 230 Volt Netzteil, dass ihr das halt im Zweifelsfall beim Zeltplatz-Nachbarn noch ein bisschen ranmogeln könnt in seiner Kabelbox. Und genau, dann sind diese USB-Anschlüsse, dann dieser, und dann halt noch so einen ganz normalen Stecker für 230 Volt, so einen Breiten. Kann man auch gleichzeitig laden und entladen? Also sprich, kann ich über das Solarpanel oder über Landstrom die Jackery laden und gleichzeitig mit meinem Rechner Serien gucken? Also ich habe das so gemacht, ja. Okay. Ich kann da jetzt nochmal ein paar Hard Facts dazu beisteuern zu den ganz harten technischen Daten. Also die Größe sind 30 mal 19,3 mal 24,2 Zentimeter. Das Gerät wiegt 6 Kilogramm. Also die Maße sind jetzt alle auf die 500er Variante, die Micha mitgehabt hat. Und es sind drei USB-A Steckplätze verbaut. Also USB-A sind diese klassischen Viereckigen, die jeder kennt. Es ist ein 12 Volt, 10 Ampere Stecker oder Steckdose besser gesagt verbaut. Und dann auch noch zwei Stecker, wie ich hier sehe, da kann man so Adapter anschließen. Hast du die genutzt, Micha? Also die sind hier auf dem Bild links von den 12 Volt Stecker, sind noch so zwei kleine Steckdosen zu sehen, runde. Hast du die genutzt? Die, meinst du die so ganz normale 230 Volt? Nee, nee, du hast ja diesen Zigarettenanzünder, diesen 12 Volt und links daneben sind noch zwei kleine, runde Stecker, sehe ich hier auf dem Bild nur. Worte. Ich kann ja in der Zwischenzeit, wo Micha jetzt auch nochmal guckt. Du schlägst eine Brücke und ich gucke mal ins Orakel, ne? So machen wir das. Ich habe das Gerät nämlich selber auch noch nicht in live gesehen, werden wir es direkt an Micha schicken lassen, deswegen muss ich jetzt auch mal fragen. Dann gibt es einen Stecker für den Eingang, wie Micha gerade gesagt hat, kann man da das Solarpanel anschließen, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Man kann 12 Volt oder 230 Volt damit laden und dann gibt es eben noch eine ganz normale Schuko-Steckdose mit 230 Volt. Da steht auch drauf, dass sie eine echte Sinuswelle hat und 500 Watt maximal ausgeben kann. Das also zu den technischen Daten, dass sie 6 Kilo wiegt, habe ich gerade schon erwähnt. 500 Watt habe ich auch erwähnt. Genau, das sind eigentlich so die wichtigsten technischen Daten, die es dazu zu wissen gibt. Man kann also da auch wirklich allerlei elektrische Geräte an 230 Volt anschließen. Ihr müsst eben nur darauf achten, dass es nicht mehr als 500 Watt dort gezogen werden. Und wie sieht es aus mit dem Gehäuse? Welches Material ist es? Ist es spritzwassergeschützt? Und was halt sonst noch so für Camping und Reisen wichtig ist? Also Stoßfest etc. Habt ihr dazu Infos? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich hatte die tatsächlich, da war ich das ein oder andere Gewitter. Das hat mich insbesondere interessiert auch. Also hatte ich dann auch, das war richtig Gewitter, da in den Dünen in Dänemark. Und da musste ich teilweise sogar meinen Klappdach runternehmen, weil ich dachte, das geht nicht klar hier, was hier gerade los ist. Und da war aber die Jackery noch vor dem Bus, weil tatsächlich sind die Kabel nicht so üppig belegt, sodass ich die immer unter dem Bus so stehen hatte, unter der Schiebetür. Und hatte mir dann sozusagen durch die Schiebetür das Kabel nach innen gelegt. Und das war so ein Tag, da bin ich am nächsten Morgen aufgestanden. Da war mein Vorzelt zerstört, weil ich es auf abschüssigen Hang gebaut hatte. Und dann wurde das in der Nacht zum Sturzbach. Das kennt bestimmt auch jeder, der schon unterwegs war. Kein Problem, aber die Jackery hat sozusagen mitgemacht und insbesondere auch das Solarpanel und alle anderen Teile, weil das Solarpanel hat auch verschweißte Nähte, dort wo der Strom drangeht. Und die Kabel sind auch alle ganz gut verarbeitet, sodass das quasi alle Situationen mitgemacht hat. Also das kann man sagen, Wassertest ist auf jeden Fall bestanden. Unfreiwillig, aber bestanden. Genau. Der Hersteller sagt aber ganz klar nichts dazu. Und wenn ich jetzt von der Optik her wetten müsste, würde ich sagen, das Gerät selber ist nicht wasserdicht, weil es ist halt keine Dose abgedichtet. Die USB-Steckplätze sind offen. Also ich würde es jetzt eher vorsichtig mit Feuchtigkeit und Wasser behandeln, wie jedes elektronische Gerät, wohingegen das Solarpanel IP65 Spritzwasser geschützt ist. Da können wir nachher, wenn wir über das Panel rechnen, nochmal was zu sagen. Es scheint es jetzt bei dir ausgehalten zu haben, aber ich würde es nicht darauf anlegen, sagen wir mal so, im Notfall könnte es klappen. Ich würde es aber jetzt nicht in den Bach schmeißen. Also es ist keine klare Empfehlung, damit tauchen zu gehen. Genau. Ich wollte gerade sagen, Michi, für den Rest deines Langzeittests bitte nicht mit aufs Ruderboot nehmen, wenn möglich. Vielleicht brauchen wir die nämlich irgendwie nochmal. Ja. Also lang man ja nicht ins Wasser fällt, damit ist ja alles in Ordnung. Also dann kann man das schon mit aufs Boot nehmen. Ich weiß nicht, wie gefährlich das ist mit den 230 Volt. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Also lange Rede, kurzer Sinn. Nele hat ja noch gefragt, also es ist aus Kunststoff, schwarz und orange. Es ist nicht, also nicht explizit stoßfest. Es sieht relativ robust gebaut aus, hat auch abgerundete Ecken. Also sieht auch so aus, als ob man sich da nicht ganz so leicht mit verletzen kann. Es sieht handlich aus. Michi hat es ja gerade schon gesagt, kann man so mit rumschleppen und hat einen schönen großen Griff. Und vornen dran hat es eben auch so eine Lampe für Notfälle, was Micha gerade gesagt hat, was man eben auch mal als Licht benutzen kann, auch wenn es nicht so romantisch ist. Und ja, letzten Endes hat es eben auch so ein Batteriemanagementsystem eingebaut, was eben auch hilft, die Batterie sinnvoll zu laden und auch eben vor Überhitzung und auch vor Kurzschlüssen und auch vor Überladung sozusagen zu schützen. So, hast du jetzt gerade nochmal geguckt wegen der Stecker, Michi? Mhm, genau. Und die kommen mir bekannt vor, aber ich wusste nicht, was ich dort reinstecken sollte. Also die sind da, ich kann es bestätigen, habe ich auch so gesehen, aber ich habe mir immer nur den großen Bananenstecker da genommen. Bananenstecker meinst du, diesen klassischen 12-Volt-Zigaretten-Anzünderstecker? Ja, diesen Zigaretten-Anzünderstecker. Ja, also ich kenne diese anderen Stecker, ich habe keine Ahnung gerade, wie der Fachbegriff dafür ist. Vermutlich wird man da auch noch andere 12-Volt-Geräte über Adapter anschließen können. Das können wir uns ja nochmal raussuchen. Wir werden sicherlich auch nochmal in einem halben Jahr oder so einen Podcast dazu machen, weil dann hast du es quasi ein Jahr mit unterwegs gehabt. Und was ganz spannend ist, der Hersteller hat auch ein Foto, wo sie eine Kaffeemaschine dran betreiben. Also solange die mit den 500 Watt auskommt, kann man da wohl auch eine Kaffeemaschine dran betreiben. Und hast du mal getestet, wie oft du deinen MacBook mit so einer Ladung laden kannst zufällig? Oder wie viele Handyladungen du schaffst? Oder hast du es quasi immer so im Komfortbereich genutzt und keine Extremtests damit erstmal gemacht? Also nicht mit einer gewissen Test, mit einer Strategie, sondern halt immer nur in dem Alltagstest. Und da kann ich halt so viel sagen, meine Kühlbox läuft immer. Das ist sozusagen, die läuft dauerhaft durch. Und wenn ich nur die laufen habe, dann habe ich so eine Reichweite von, weil das ja teilweise in der Tiefgarage da noch stand. Und ich bin kurz nach Hause, habe meine Klamotten gewaschen, um wieder was los zu fahren. Dann konnte ich die sozusagen noch drei Tage in der Tiefgarage ohne Licht betreiben. Also nur mit der Kühlbox, nur mal, dass ihr so ein Gefühl dafür habt. Und ansonsten konnte ich sozusagen, wenn die Kühlbox durchlief und ich drei Durchschnittshandys sozusagen am Tag wieder befüllt habe, konnte ich dann noch einmal MacBook vollmachen, weil da hat man schon gemerkt, dass da die, das saugt schon. Und da kommt man vielleicht so safe, kommt man zwei Tage unter Volllast, kommt man hin, dann wird es schon langsam. Also dann darf schon wieder Sonne scheinen oder dann muss nachgeladen werden. Das ist ja aber für sowas von der Größe eines kleinen Wasserkanisters schon ziemlich cool, wie ich finde. Den man ja auch tatsächlich dann schnell mal irgendwo mit hinnehmen kann und laden kann. Man könnte ja theoretisch sogar, wenn man irgendwo dann im Waschhaus ist oder so, ein bisschen zwischenladen. Der Hersteller gibt an, vielleicht auch das noch dazu, man kann ein Handy 53 mal damit laden. Ohne, dass wir es jetzt schon getestet haben, bin ich mir sicher, dass das ein rein rechnerischer Wert ist, der sich aus der Gesamtkapazität der Batterie und der Kapazität so eines durchschnittlichen Smartphones errechnet. Ich denke mal, in der Praxis wird es eine ganze Menge weniger sein, vielleicht so 30 mal, weil die Batterien natürlich nach hinten raus auch weniger Energie abgeben. Ich habe Verluste durch Wandlung und so weiter. Aber ich finde 30 mal ein Handy laden ist immer noch eine ganze Menge. Menge Mini-Kühlschrank geben Sie mit neun Stunden an. Ja gut, du hast gerade gesagt, deine Kühlbox kannst du drei Tage damit betreiben. Also das ist ja schon ein ganz anständiger Wert, wie ich finde, eben für so eine Notstromversorgung. Ich finde vor allem auch, wenn du das mal vergleichst mit, ich sage jetzt mal so einer herkömmlichen Nass-Batterie, die ja dann Vielfaches davon wiegt auch und auch mit so dem ein oder anderen Lithium-Ionen-Gerät, kann sich das eigentlich schon sehen lassen für das Gewicht, die Größe und auch den Preis. Das auf jeden Fall. Ich würde jetzt mal noch schnell ein paar technische Daten mit nennen, die ich hier gerade noch sehe. Also Lieferumfang ist eben die Power Station, Power Station, die Power Station, ein Netzteil, ein Autoladekabel, also für einen 12-Volt-Anschluss und eine Bedienungsanleitung. Und was dann hier noch ganz spannend ist, die USB-Anschlüsse haben 2,4 Ampere je Ausgang. Das heißt, da kann ich eben auch Geräte laden, die ein bisschen mehr Strom brauchen. Was hatte ich jetzt hier gerade? Moment, ach hier. Genau, die Betriebstemperatur ist mit minus 10 bis 40 Grad angegeben. Das ist ja ganz spannend, gerade wenn man auch in kälteren Temperaturen unterwegs ist. Nun ist es ja so, dass diese Batterien meistens ja schon irgendwie drinstehen, wo es wärmer ist. Aber im Notfall kann sie auch mal bei 0 oder auch ein bisschen weniger Grad laufen. Aber, das ist dann auch ganz wichtig, die Wiederaufladetemperatur ist zwischen 0 und 40 Grad angegeben. Das heißt, das ist so typisch für Lithium-Batterien, die nicht irgendwie für Wintertauglichkeit gemacht sind, dass die eben so erst ab 0 Grad geladen werden sollen, weil sie darunter auch beschädigt werden können. Also da solltet ihr noch drauf achten. Und genau, der 12-Volt-Anschluss bringt 10 Ampere, das habe ich schon gesagt. Und ja, damit haben wir, glaube ich, alle technischen Daten soweit nochmal runtergebetet. Was jetzt für mich noch spannend wäre, das Ladekabel für 12 Volt und 230 Volt, wo du die Jackery damit aufladen kannst. Wie lang sind die in etwa? Die, da komme ich von, sozusagen von meinem Fahrersitz bis an die Hinter-, also sozusagen bis an die Rückbank. Das, wie viel ist denn das? 1,50 Meter, ne? Ja, würde ich grob schätzen, ja, 1,50 ungefähr, okay. Also generell die ganzen Kabel könnten sozusagen jeweils noch einen Meter gut vertragen, ne? Würde ich mal hier so. Ja, und die kann man, da sie ja so einen speziellen Adapter auf der einen Seite haben, auch nicht einfach verlängern, sondern man muss quasi, also gut, ein 230 Volt Kabel kann man immer mit einer Verlängerung quasi verlängern. Und ich glaube, es gibt sogar für 12 Volt Kabel Verlängerung. Also achtet da drauf, wenn ihr da mehr braucht, dass ihr dann entsprechend euch auch noch eine Verlängerung zulegt und darauf achtet auch, dass die entsprechende Kabeldicken hat, damit es auch geladen werden kann. Ansonsten aber kabelmäßig wird nichts mitgeliefert, ne? Der Rest kommt ja mit den Geräten, die man dann damit laden möchte. Ja, sind ja die drei Kabel, ne, die schon dann mit dabei sind, ja. Zwei. Also wahrscheinlich hast du eins, was vom Netzteil zur Checkery geht, eins, was von 230 Volt zum Netzteil geht und ein 12 Volt, oder? Warum drei Kabel? Ich habe jetzt das Solarpanel noch mit als Kabel gefehlt. Ach so. Okay, damit hast du auch sehr gut die Überleitung zum Solarpanel gemacht. Das hast du ja am Anfang schon erzählt, dass du quasi in den Dünen in der Sonne gestanden hast. Da hattest du mir, das ist mir in Erinnerung geblieben, als du mir davon erzählt hast, auch gesagt, dass es natürlich an den Dünenstellplätzen auch natürlich keinen Strom gab und die Checkery perfekt war, weil sonst hättest du dir halt irgendeinen nicht ganz so attraktiven Stellplatz raussuchen müssen, wo es auch einen Stromanschluss gab und so konntest du eben ganz cool in den Dünen stehen. Also das ist auf jeden Fall auch noch was, wenn ihr die cooleren Plätze haben wollt oder eben auch mal frei steht oder auch irgendwo steht, wo es gar keinen Strom gibt, dann ist natürlich auch die Checkery perfekt. Okay, du hast, ja, du wolltest noch was sagen? Naja, ich wollte nur noch erwähnen, dass man sich das ja auch nie hätte träumen lassen, dass man auch irgendwann mal in eine Phase eintaucht, dass man ganz froh ist, wenn man in den abgelegenen Ecken vom Zeltplatz sozusagen sein Lager aufschlägt und sozusagen dann ein bisschen seine Ruhe hat. Die Phase haben wir schon lange. Uns werden dann häufig Seniorenplätze zugeteilt. Aber es ist tatsächlich, also jetzt ohne Quatsch, wir hören immer wieder und es ist uns selber auch schon passiert, dass gerade zur Zeit auch Campingplätze, die Stromanschlüsse anbieten, teilweise so überfüllt sind, dass es keinen Stromanschluss mehr frei gibt. Also, dass tatsächlich Leute, die ganz normal auf einen Campingplatz fahren, keinen Anschluss mehr bekommen, weil die Campingplätze das einfach häufig auch nicht so kalkuliert haben, dass jeder Stellplatz einen eigenen Stromanschluss hat. Weil die einfach so wahrscheinlich in ihrer Kalkulation ursprünglich davon ausgegangen sind, wir haben so und so hohe Anzahl an Wohnmobilen, die können ein paar Tage autark stehen. Und so und so Anzahl an Wohnwagen, die brauchen Landstromanschluss und die Rechnung ist halt jetzt vor allem seit Corona, wo jetzt tatsächlich sich auch viele nochmal neue Fahrzeuge angeschafft haben und noch viel mehr Menschen unterwegs sind als eh schon, nicht mehr so ganz aufgegangen. Und von daher ist es auch, wenn man auf Campingplätze plant zu fahren, gar nicht schlecht, sich irgendwie in puncto Stromversorgung ein bisschen was zu überlegen, weil A, kann es eben wie gesagt sein, dass ich keinen Landstromanschluss bekomme und B, kann es auch passieren, dass ich das ein oder andere Mal, wenn ich nicht reserviert habe, auch überhaupt keinen Campingplatz, keine Campingplatzparzelle finde. Also in der Region, wie es uns zum Beispiel im Sommer 2020 in Bayern passiert ist, dass wir in der Region um München herum einfach über Tage nichts finden konnten und am Ende dann von einem Campingplatz gnädig auf dem Parkplatz außerhalb geduldet wurden und da auch ein Kabel hingelegt bekommen haben. Also ich denke, mehr und mehr wird es wichtig werden, sich selber um irgendeine Lösung zu kümmern und da bietet sich halt so ein Stromköfferchen einfach auch an, weil das preislich immer noch in einem Rahmen liegt, der tragbar ist. Und ich habe halt eine sehr flexible Lösung, die ich unter Umständen dann auch in ein neues Fahrzeug mitnehmen kann, ohne groß was umzubauen, die ich auch mal zu Hause nutzen kann, da kommen wir ja gleich noch drauf. Und die vielleicht auch, wenn ich irgendwie ein Gartenhäuschen habe oder wie heißt es, Schrebergarten, da kann man so einen Teil natürlich auch mitnehmen. Oder auch, wenn ich mal zelten gehen möchte. Mit sechs Kilo ist das ja was, was durchaus als portable Lösung sehr gut geeignet ist. Ich würde gerade, weil du es angesprochen hast, auch noch was zu den Preisen sagen. Also so wie wir es jetzt dabei hatten oder wie es Micha jetzt dabei hat, liegt es normalerweise um die 600 Euro. Wir haben es auch schon um die 500 Euro gesehen. Die kleinere Variante mit 240 Wattstunden liegt um die 300 Euro, haben wir auch schon für 230 gesehen. Und die große mit 1000 Wattstunden, ich glaube, ich habe jetzt gerade Amperestunden und Wattstunden durcheinandergebracht, ich habe immer Wattstunden gemeint, also 240, 500 und 1000 Wattstunden, liegt aktuell so um die 1200. Wir haben sie aber auch schon für 960 gesehen. Was meine ich mit, wir haben sie schon gesehen. Wir testen ja eine ganze Menge Produkte und monitoren auch die Preise so, dass wir eben sehen, auch wie sich Preise verändern. Also daher kommt so ein bisschen die Schwankungen in den Preisen, damit ihr so ein Gefühl dafür habt, was sowas auch kostet. Da packen wir euch die ganzen Daten auch nochmal mit in die Folgenbeschreibung, dann habt ihr das so ein bisschen besser im Überblick. Genau, auch die Links dazu, dass ihr euch das auch mal angucken könnt. Okay, springen wir rüber zum tragbaren, faltbaren Solarpanel, was du auch mitgetestet hast. Das Ganze nennt sich Solar Saga 100. Ist ein 100 Watt Solarpanel. Und du hast schon gesagt, man kann das aufklappen, also es lässt sich so quasi einmal in der Mitte falten, richtig? Richtig. Und es sieht hier auf den Bildern aus, als ob es sozusagen starr ist. Also ob das dann quasi wie so ein dünnes Brett ist, was man in der Mitte einmal zusammenklappen kann. Passt das so oder ist das eher flexibel? Genau, also nee, nee, das ist schon. Und ich habe auch das Gefühl, dass das sozusagen nicht dafür vorgesehen ist, dass man das irgendwie biegt, weil da kommen Geräusche zustande, die klingen wie berstendes Glas. Also du hast auch das getestet, entnehme ich deiner Aussage. Und dann hatte ich schon ein bisschen Angst, dass die Leistung dann sozusagen ein bisschen einschränkt. Aber nee, funktioniert gut. Also nochmal zurück. Das ist sozusagen klappbar und lässt sich dann praktisch aufstellen. Ist dadurch natürlich auch ein bisschen starr, dass man es auch ordentlich hinstellen kann. An der Rückseite hat man Winkel, damit man sozusagen in 45 Grad schon mal mit abwinkeln kann. Da hinten ist noch eine kleine Tasche dran mit Neoprennähten, wo dann sozusagen das Kabel reingeführt wird, wenn man es halt dann auch wieder verstauen will. Und erwähnenswert, dass auch in der Tasche ist schon ein kleiner USB-Anschluss. Also man könnte sozusagen nur das Panel mitnehmen an Strand und könnte dort schon mal zumindest seine Handys oder irgendwas laden. Da muss man nicht die Checkery mit schleppen. Habe ich nicht gemacht, aber wäre eine Idee. Was ich besonders erwähnenswert finde, ist, dass halt auch am Rand sind Ösen. Und dann habe ich meine Kenntnisse aus dem Segelsport genutzt und habe dann sozusagen mit verschiedenen Knoten mein Solarpanel an verschiedenen Halterungen irgendwo mal am Bus angehangen oder mal irgendwie am Vorzelt angehangen, einfach um rauszufinden, wo ist die optimale Position. Also die Ösen sind super praktisch. Da kann man es halt wirklich überall mit hier irgendwie aufhängen oder dranhängen oder rumhängen. Und wie gesagt, dadurch, dass man das schön zusammenklappt, passt es auch wunderbar hinter den Fahrersitz oder so, lässt sich schön verstauen. Generell einer der Vorteile von so mobilen und faltbaren Solarpanelen ist ja auch, was du vorhin schon beschrieben hattest, dass man da auch viel einfacher die Nacht der Sonne ausrichten kann, als wenn ich was auf dem Fahrzeug montiert habe. Die sind natürlich, die Festinstallierten, häufig leistungsfähiger. Aber ich habe die Möglichkeit, auch hinter die Windschutzscheibe zum Beispiel so ein Panel zu legen. Oder ich kann es halt draußen, was du vorhin erwähnt hattest, um das Fahrzeug herum platzieren und immer so ein bisschen der Sonne nachgehen. Kann den Winkel auch entsprechend ändern. Also das hattet ihr ja auch mal so eine Lösung, Sebastian. Da hattest du ja auch berichtet, dass das sehr gut funktioniert hat immer. Genau, wir haben auch ein tragbares Panel dabei, dass wenn wir im Schatten stehen, wir eben das mit dem langen Kabel auch in die Sonne packen können. Und das ist hier quasi die etwas stachere Variante. Michi, du willst noch was dazu sagen? Du hattest mir jetzt gerade noch einen Stichwort gegeben, Nele, mit dem hinter die Windschutzscheibe. Habe ich natürlich auch probiert. Und muss sagen, dass da die Ladeleistung erheblich dann eingeschränkt ist. Okay. Ich habe es dann eher so gemacht in Regionen. Ich war auch nochmal in Süddeutschland unterwegs oder so, in der Sternberger Ecke und so. Dann habe ich es dann tatsächlich auf die Windschutzscheibe, also von außen drauf gepackt. Weil ansonsten ist die Ladeleistung für die kurze Zeit, in der sozusagen die Sonne scheint am Tag, hätte nicht ausgereicht, um das Fahrzeug oder um die Batterie dann letztlich zu laden. Ich habe das unmittelbar ausprobiert. Das ist natürlich ein cooler Sonnenschutz auch. Wenn ich zum Rudern am See bin, dann packe ich es auch als erstes vorne auf die Windschutzscheibe drauf draußen. Da spare ich mir sozusagen noch meine extra Verdunklung. Das ist echt praktisch. Aber ich kann nur empfehlen, dass man das sozusagen möglichst draußen anbringt, wenn man dort auch eine Ladeleistung erzielen will. Gerade auch, wenn man eine bedampfte Frontscheibe hat, die also nochmal ein bisschen sozusagen Sonne wegfiltert, dann ist klar, dann kommt natürlich deutlich weniger bei der Solarzelle an. Ich würde mal kurz noch ein paar technische Daten dazu vorlesen, weil ich sie gerade vor mir habe. Also aufgeklappt ist das Ganze 122 mal 53,5 mal 0,5 Zentimeter. Also es ist einen halben Zentimeter dick und 122 mal knapp 54 Zentimeter. Gefaltet ist es dann quasi die Hälfte, 61 mal 53,5 mal 3,5. Wiegt 4,68, also 4,7 Kilogramm. Und ich weiß gar nicht aber, ob das in deinem Gerät auch schon so war. Hier steht jetzt, das aktuelle Modell hat zwei USB-Anschlüsse. Einmal USB-A, also den klassischen vierjährigen und einmal den runden USB-C-Anschluss. Das war bei dir auch schon so? Ja. Ja, Micha nickt. Dazu ist wichtig zu wissen, sobald das Ding quasi in der Sonne liegt, kommt da auch Strom raus aus den beiden USB-Anschlüssen. Beim USB-A-Anschluss sind es 2,4 Ampere bei 5 Volt und beim USB-C-Anschluss sind es 3 Ampere bei 5 Volt. Aber was auch ganz wichtig ist, kein Power Delivery. So, was bedeutet das jetzt? Wenn ihr zum Beispiel Tablets habt oder auch Laptops, die per USB-C geladen werden können, dann brauchen die ein sogenanntes Power Delivery, das ist also Laden über USB-C und das kann dieses Gerät nicht. Das heißt, da braucht ihr dann die Checkery dazu, um eben über 230 Volt ein Netzteil anzuschließen. Aber normale Handys, die darüber geladen werden, die kein Power Delivery brauchen, das funktioniert also auf jeden Fall. Du hast das nicht getestet, hast du gesagt, aber ich glaube, das kann auch ganz praktisch sein, wenn man nur mal schnell das Handy oder so laden möchte, dass man das Ding einfach in die Sonne legt, das Handy ransteckt. Also, um das einzeln zu kaufen, macht es, glaube ich, keinen Sinn, weil dafür ist es wiederum ein bisschen teuer. Also, der Preis liegt um die 300 Euro des Solarpanels und ich glaube, da gibt es deutlich sinnvollere Wege. Aber als Kombination und eben mal für den Notfall ist es, glaube ich, auch ein ganz cooles Feature, was man da nutzen kann. Und was man ja auch immer machen kann, man kann ja nicht nur ein Handy laden, man kann ja auch eine Campinglampe oder so eine Geschichten daran hängen. Gut, wenn die Sonne scheint, brauchen wir kein Licht, aber vielleicht, wenn man ja irgendwo im Fahrzeug ist und es abgedunkelt hat. Was mir bei der Gelegenheit noch einfällt, war die Story, dass, ihr habt ja, ich hatte ja erzählt, dass ich immer rumgerannt bin und habe geguckt, wie so die Eingangsleistung, die hat sich immer so, trotz Mittagssonne und Hochsommer und alles, hat die sich immer so bei 70 Watt eingependelt. Und dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, ich habe doch hier einen Solarteil von 100 Watt Leistung, was ist denn da los? Und da muss man sagen, da auch sozusagen eine Lanze für den Hersteller, dann habe ich nämlich mit Basti Kontakt aufgenommen und habe gesagt, Basti, es kann sein, dass ich jetzt schon so ein Teil hier abgebrochen habe bei meinen Verlademanövern. Irgendwie, dass so dieses Solarpanel nicht so richtig mehr funktioniert oder nicht funktioniert. Und dann hat er in kürzester Zeit, also wirklich ganz schnell eine Anfrage an den Hersteller und so, kam sofort eine Antwort zurück. Und dann wurde das sozusagen aufgelöst. Ja, das Teil hat eine Leistung von 100 Watt, aber bei meiner Batterie, du kannst das hier mit technischen Worten besser beschreiben, sind halt nur 70 Watt irgendwie Eingangsleistung vorgesehen. Das ist sozusagen das Maximale, was dann halt dabei reinkommt. Und da war ich erleichtert, weil dann musste ich nicht zweifeln. Genau, die 100 Watt, also das Maximum an Ladestrom kann es sozusagen nur entfalten, wenn es an der 1000er Jackery Power Station angeschlossen wird, an der mittleren 500er, die mich ja dabei hatte, da entwickelt oder da gehen maximal 70, 75 Watt sozusagen Ladeleistung. Der hat gesagt, man reguliert das, um eben die Batterien zu schützen. Ich schätze mal, dass einfach der Solarregler halt nicht so groß ist, was sicherlich auch eine Kostengeschichte ist. Also das heißt, wenn ihr da so nur 70, 75 Watt habt, ist das völlig okay. Das ist das Maximum, was bei der 500 Watt Checkery dann durch das Solarpanel reinkommt. Was ich noch nicht erwähnt hatte, das ist, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, das Ganze ist wasserdicht nach IP65, das heißt, ist spritzwassergeschützt. Sie sagen aber auch, oder der Hersteller sagt auch, bitte nicht in den Regen stellen oder in längere Zeit ins Wasser packen, denn die Reißverschlüsse in den Taschen können eben entsprechend dann auch das Wasser reinlassen und dann an den USB-Steckplätzen zum Beispiel das Wasser eintreten. Aber für mal einen Regenguss, der irgendwie, den muss man nicht schnell genug reingeräumt bekommen, den dürfte es eigentlich locker überstehen. Das Lade- oder das Anschlusskabel, ist das fest verbaut oder ist das abnehmbar? Das ist fest verbaut. Und wie lang ist das ungefähr? Das ist so zwei Meter lang, würde ich sagen, zwei Meter fünfzig. Das war regelmäßig, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, das war regelmäßig für meine Zwecke zu kurz. Insbesondere an den Tagen, wo ich irgendwie auf Fehmarn an den Bäumen vorbei bin, da musste ich ja sozusagen rund 360 Grad meines Busses benutzen, um irgendwie mal eine halbe Stunde einen Sonnenstrahl zu bekommen. Auch eine interessante Erfahrung, man hat sozusagen die ganze Fläche zur Verfügung, aber da reicht manchmal ein Grashalm, das dann auf einmal die Ladeleistung irgendwie signifikant nachlässt und dann guckt man sich an und sieht, ah, hier ist doch Schatten und dann fängt man auch an, vor dem Panel sozusagen das Gras zu pflücken. Aber wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass sozusagen das Kabel, weil das ja auch fest verbaut ist und auch diesen speziellen Anschluss hat für die Jackery, das ist sozusagen nicht einfach so adaptier- und verlängerbar, dass das ein bisschen länger vielleicht ist. Okay, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, vielleicht auch dazu nochmal. Also so ein Solarpanel bringt dann die beste Leistung, wenn es 90 Grad zur Sonne steht, beziehungsweise wenn die Sonnenstrahlen halt wirklich senkrecht, so rum ist es richtig, wenn es sozusagen senkrecht auf das Solarpanel treffen können. Das heißt, man muss es dementsprechend eben in der Neigung, aber auch in der, ja, wie sagt man denn, also nach oben, nach unten geneigt, aber auch von links nach rechts geneigt richtig ausgerichtet sein. Und so kann es eben auch Sinn machen, gerade wenn man in den kälteren Jahreszeiten unterwegs ist, das häufiger einmal nachzujustieren, weil man doch damit eine ganze Menge mehr Leistung reinholen kann, als wenn es eben nicht richtig ausgerichtet ist. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Und ansonsten sieht man oder sagt der Heschler auch, für die große Jackery könnt ihr auch zwei parallel schalten. Da gibt es also einen speziellen Anschluss. Und was ich mir dann nochmal für einen Test angucken wollen würde, ob man nicht irgendwie sich selber auch ein Verlängerungskabel bauen kann. Wobei beim Verlängern der Kabel muss man natürlich auch immer darauf achten, wie ist der Durchmesser der verbauten Kabel und ob es dann nicht zu deutlichen Einbußen kommt beim Ladestrom. Das ist natürlich, wenn er jetzt nur mit 75 Prozent lädt, bei deiner Variante noch nicht ganz so schlimm. Aber das können wir uns dann nochmal intensiver angucken, dann auch für einen größeren Testbericht. Hat das Solarpanel auch irgendwelche Beine, Stütze, wie heißt das, wenn man so aufklappen kann, dass man es quasi ohne noch ein Hilfsmittel zu nutzen auch aufstellen kann in verschiedenen Neigungen? Genau. Also das ist ganz praktisch hinten angebracht mit Klettverschluss. Also generell das Ganze errichten und das Aufbauen, das ist wirklich in drei Handgriffen ist das alles startklar. Also es sind sozusagen so vollautomatisierte Handgriffe, ankommen, zack, hinter den Sitz greifen, zack, auf die Scheibe, anschließen, fertig. Also das ist echt super easy. Oder beziehungsweise, wie du sagst, halt auch auf den Boden stellen, hinten Klettverschlüsse raus. Das ist alles miteinander verbaut. Also im Grunde wie bei anderen solchen Stromkoffern mit flexiblen Solarpanels auch völlig für Anfänger geeignet, oder? Absolut. Ja, ich glaube, da kann man nicht so viel falsch machen. Also das ist natürlich der Vorteil, dass die Sachen alle so modular abgestimmt sind. Es gibt halt einen Stecker, den steckst du in die Jackery und dann geht es eben los. Ist für diese Jackery jetzt eigentlich nur das dazugehörige Solarpanel passend, oder könnte man im Grunde auch von einem anderen Hersteller dort was anschließen? Habt ihr dazu irgendwelche Informationen? Die Inge hat Informationen. Also ich selbst kann euch dazu nichts sagen, ne? Ja, also ich glaube nicht, dass das so ohne weiteres geht. Da müsste man sich jetzt wirklich nochmal genau angucken, ob quasi aus dem Solarpanel einfach der ungefilterte Strom sozusagen rauskommt und dann der Solarregler sich in der Jackery befindet oder wie das ist. Also sehe ich jetzt hier auf die Schnelle auch keine Informationen zu. Und ich würde jetzt mal eher davon ausgehen, dass es nur mit dem sozusagen offiziellen Panel funktioniert, dass man da nicht was Eigenes anschließen kann. Was nicht heißt, dass man es nicht mit ein bisschen Basteln und Ausprobieren auch hinbekommt, aber ich sag mal so, für die meisten von uns eher nicht. Weil bei anderen Stromkoffern ist es ja so, dass du da tatsächlich auch andere Panels anschließen kannst. Zum Beispiel bei dem von Autarka, die sagen zwar Solarflex passt da halt gut dazu, sind ja beides Eigenentwicklungen, aber ich glaube, da kannst du auch andere dran klemmen. Ja, ich glaube, das kommt immer auf die Lösung an. Hier wird es jetzt wahrscheinlich nicht so ohne weiteres funktionieren. Bei anderen ist das vielleicht ein bisschen offener gestaltet. Das muss man einfach selber wissen, wie sehr man das quasi austauschen oder selber nutzen will. Das hier kaufst du halt und schließt es an und es läuft. Und klar, bei anderen Lösungen, wo du dann modularer tauschen kannst, hast du vielleicht den Vorteil, dass du dann auch mal ein neueres oder ein größeres Solarpanel anschließen kannst. Aber ja, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Vielleicht noch an der Stelle ein Hinweis, wie reinigt man so ein Solarpanel. Also ich würde das immer mit einem weichen Tuch reinigen, also nicht mit irgendwas harten, nicht mit irgendeinem Kratzschwamm oder sowas da rangehen. Und am besten auch nicht sonderlich doll rubbeln, weil ihr habt das Problem, wenn da Staub drauf ist, dass ihr den natürlich dann, wenn ihr da stark rubbelt, so ein bisschen wie Schmirgelpapier nutzt und die Oberfläche dann aufraut, was sich sicherlich ein bisschen mindert auf den Ertrag auswirken kann. Deswegen ein sehr weiches Tuch nehmen, vorher groben Schmutz so ein bisschen wegpusten. So kann man das, glaube ich, ganz gut reinigen. Und ich glaube auch, entkalktes Wasser drüber schütten ist auch keine schlechte Lösung. Es ist ja spritzwassergeschützt. Du solltest nur darauf achten, dass eben kein Kalk drin ist, weil wenn es trocknet, habt ihr sonst einen weißen Film drauf, dann ist auch wieder niemandem geholfen. Jetzt haben wir ja schon ganz viel über Anwendungsformen und auch über positive Erfahrungen berichtet. Gab es denn, abgesehen von den etwas zu kurzen Kabeln, noch irgendwas, wo du sagen würdest, könnte besser sein, könnte man noch optimieren oder da warst du vielleicht auch nicht zufrieden? Ja, aber wir reden hier von einem hohen Niveau, sind wir uns ja einig. Und was ich vielleicht noch mehr gewünschter anmerken würde, ist, dass bei der Checkery selbst ist ein sehr, sehr robuster und großer Griff. Also den kann man auf jeden Fall dann gut greifen. Gleichzeitig, wenn man es hinter dem Sitz einfädelt, auf minimalen Raum, ist dieser Griff dann halt teilweise tatsächlich im Weg, um das wirklich praktisch Tetris-mäßig irgendwo im Minivan halt irgendwie reinzufädeln. Das ist aber sozusagen, also wirklich Jammern auf hohem Niveau. Ansonsten ist es sozusagen in dem Umfang, in dem ich das sozusagen eingesetzt habe, sind meine Erwartungen halt übertroffen. Also im positiven Sinne. Sowohl Form als auch irgendwie Funktionalität, als auch Zuverlässigkeit. Und wie gesagt, wenn ihr so jetzt gerade berichtet, dass er halt maximal spritzwassergeschützt ist und möglichst wenig mit Wasser in Kontakt kommen soll, muss ich euch sagen, habe ich wirklich großes Glück gehabt. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Ja, genau. Ja. Ja, mir würde tatsächlich, wenn ich mir noch was wünschen könnte, würde mir tatsächlich ein USB-C-Anschluss mit Power Delivery fehlen, eben gerade für aktuellere Geräte. Jetzt muss ich nur sagen, die haben für das Design Red Dot Award 2016 bekommen. Ich vermute also, dass das Produkt so in der Form halt schon ein bisschen älter ist. Und damals war eben USB-C mit Power Delivery noch nicht so verbreitet, wenn überhaupt schon draußen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, wenn es wieder überarbeitet wird, ist es drin. Das wäre jetzt so ein Wunsch von meiner Seite noch. Da haben tatsächlich die Mitbewerber auch schon ein bisschen vorgearbeitet. Da gibt es jetzt nämlich schon den einen oder anderen, wo Power Delivery tatsächlich in den neuen Versionen mit verbaut wurde. Ich denke da an das Camper Case von Autarka zum Beispiel. Also wir werden uns auch diesen Sommer nochmal eine größere Packung dieser Power Stations bestellen von den Herstellern und die auch nochmal durchtesten. Und dann werden wir sicherlich dazu auch nochmal einen Podcast machen, um euch da so ein bisschen zu informieren. Also das wäre jetzt auch so mein Wunsch. Ansonsten hast du ja gerade schon aus deiner Praxis gesagt, das mit dem Griff. Ja, ich fand das ganz spannend, das nochmal so ein bisschen zusammengefasst von dir zu hören, die Erfahrung auch aus diesem Praxistest. Wir werden es noch eine Weile begleiten. Du wirst es jetzt, wenn die Saison wieder losgeht, sicherlich weiter mitnehmen. Und man kann es ja sogar, wir haben uns ja gerade im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten, man kann es ja sogar irgendwie zu Hause benutzen, und falls doch mal ein Stromausfall sein kann, kann man ein paar Dinge damit betreiben. Man muss es halt dann nur in dem Falle immer finden, wenn es gerade dunkel ist. Ja, bei mir ist es so, am Ende der Saison, dann baue ich tatsächlich die Küche und das Ganze aus meinem Bus wieder aus. Das ist ja einfach alles easy. Und ich tue die ganzen Camping-Materialien im Keller verstauen. Und jetzt habe ich aber tatsächlich meine Jackery steht bei mir unter dem Bett. Weil du die so lieb hast oder aus praktischen Gründen? Man muss auch dazu sagen, es ist so ein Podestbett, so ein Hochbett da ist sozusagen, ein bisschen Stauraum. Aber das habe ich dann, als ich gehört habe, dass hier und da die Möglichkeit besteht, dass der Strom auch mal wegbleiben kann, dachte ich mir, super, habe ich doch alles da. Dann kann ich das einfach mir mit hochnehmen. Ich habe die glückliche Lage, dass ich hier eine Südlage habe. Ich kann mir das dann wunderbar ans Fenster stellen und mache dann einfach meinen Strom von der Batterie. Da hast du gerade noch ein gutes Stichwort genannt. Es sind Lithium-Ionen-Batterien drin. Das heißt, die brauchen ein bisschen Pflege. Das bedeutet, wenn ihr die jetzt über die Nichtsaison stehen lasst und nicht benutzt, holt sie doch mal alle zwei, drei Monate raus. Guckt mal, wie der Ladestand ist. Der Akku sollte idealerweise immer so zwischen 20 und 80 Prozent geladen sein. Das ist übrigens auch am hilfreichsten für den Dauerbetrieb, also dass ihr immer so zwischen 20 und 80 Prozent das macht. Das lässt oder das sorgt für die höchste Laufzeit der Batterie. Natürlich ist es in der Praxis so, dass ich das eigentlich versuche, auf 100 Prozent zu laden, damit ich halt möglichst lange damit auskomme. Das steht dann ein kleines bisschen gegen die Lebensdauer der Batterie, aber es sollte sie auch gut abkönnen. Aber gerade, wie gesagt, wenn ihr es nicht benutzt, guckt, dass es so zwischen 20 und 80 Prozent ist und ladet dann rechtzeitig einfach ein bisschen nach, packt sie dann wieder auf 80 Prozent hoch und dann könnt ihr sie wieder stehen lassen. Sie haben halt immer so ein bisschen Eigenentladung. Das heißt, das wird mit der Zeit weniger werden. Achtet da drauf. Das wird euch auf jeden Fall die Powerstation, und das gilt nicht nur für die, sondern alles, was irgendwie die zum Batterien drin hat, das wird die Laufzeit und die Lebensdauer deutlich erhöhen. Ja, im Grunde für alle Batterien, dass die nicht komplett leer werden und dann ewig irgendwo rumgammeln. Also wir hatten bei unserem Wohnwagen zum Beispiel auch mal irgendeinen stillen Verbraucher nicht erkannt und hatten dann die ganz normale Nassbatterie, war dann tiefenentladen und musste dann sorgfältig wieder aufgepäppelt werden. Also grundsätzlich ist es immer gut, Batteriepflege zu betreiben. Ja, muss man nicht, aber dann muss man doch öfter neu kaufen. Da kann ich doch ergänzend dazu sagen, dass das an der Checkerie kann man jeden einzelnen Verbraucher manuell an- und ausschalten. Ach, das wäre super. Das heißt also, das ist cool, dass man dann, selbst wenn man die irgendwo angeschlossen hat und sagt, das will ich aber wirklich sicherstellen, dass da kein Strom weggeht, dann schaltet man sozusagen die einzelnen Schnittstellen an und aus. Und das führt im umgekehrten Fall dazu, dass man sich wundert, warum das Handy nicht voll wird. Aber das macht nur noch einmal einen Fehler. Aber in dem anderen Fall ist es halt wirklich auch praktisch, weil dann ist tatsächlich dann, das sieht man ja auch wieder am momentanen Verbrauch, sobald die Schnittstellen nämlich dran sind, dann sind noch ein paar Watt, die dann halt permanent abfließen. Und wenn man die ausschaltet, ist es halt auch wirklich sehr effektiv und da geht nichts raus. Und das finde ich auch ein sehr praktisches Feature. Cool. Ja, dann würde ich sagen, sind wir tatsächlich dann schon am Ende der Sendung angelangt. Danke, Micha, dass du mit uns die Erfahrung geteilt hast. Danke nochmal auch Jackery, dass ihr uns das Gerät geschickt habt, dass wir es ausführlich testen können. Danke, Nele, dass du mit hier warst und mich hier ausgefragt hast. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns immer so zuhört. Ich hoffe, es war wieder spannend für euch. Ich verabschiede mich und übergebe das Wort an Nele. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe gar nicht mehr viel zu sagen. Auch vielen Dank an dich, Michi, auch für die Arbeit, die du dir schon gemacht hast mit dem Test. Da wird es ja auch bald einen Testbericht bei uns geben. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit dem Gerät und wie gesagt, bitte nicht ins Wasser werfen. Und dann bis bald mal wieder. Tschüss. Vielen, vielen Dank auch an euch. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.